es passiert mir ganz oft dass kunden zu mir kommen und haben ja eigentlich eine solide webseite und dann gehen wir zusammen in die strategie und mir fallen inhaltlich so ein paar sachen auf die noch mal so ein bisschen verbessert werden könnten zum beispiel an so einer startseite und dann gehen die kunden und machen ihre hausaufgaben und dann kommen die irgendwie vom ästchen aufs stöckchen und von nur kleine änderungen inhaltlich stellen die alles in frage da wird dann ein kompletter relaunch angezettelt inklusive habe ich noch die richtigen farben und schriften sollten wir nicht alles ändern und da sage ich immer moment stop doch eigentlich alles gar nicht so schlecht wir wollten doch nur kleinigkeiten ändern und gerade wenn man aber inhaltlich kleinigkeiten ändert ist es ganz oft wirklich der fall dass man erst mal im außen so ein bisschen aufräumen muss und dass das so was wie seelenhygiene ist wenn man dann auch was in anführungszeichen richtiges vorzuweisen hat und was richtiges vorzuweisen ist für fast alle irgendwie dass die webseite auch ein bisschen wenigstens anders aussieht und das was ich immer schwierig finde ist wenn man dann wirklich an die marke geht und die farben und die schriften und alles in frage stellt dafür haben wir ja das style steht dafür nutzen wird es ja dafür haben das ja auch ausgefüllt mit den farben mit hier auch den wer mal die tins und shades gemacht hat der hat so viel farbvarianten da hat man so viel spielraum man kann aus diesen farb variation auch noch hier könnte man jetzt mal ausfüllen wie viele bilder da tatsächlich möglich sind und so da gibt es so viele möglichkeiten und da möchte ich heute einfach ein bisschen was davon zeigen und dem auch vorzubeugen und um euch allen einfach zu zeigen hey ihr müsst keinen kompletten relaunch anzetteln es gibt wirklich kleinigkeiten mit denen man in ein paar minuten fertig ist und die seite sieht fresh und sexy aus ich bleibe dafür mal hier auf der startseite von unserem reisebüro und ich finde eine sache mit der man ganz ganz viel machen kann ist so die bildsprache also wenn man schon nur die bilder mal ausgetauscht hat dann kann man hier mit zwei drei anderen bildern kann man von pool und beach direkt mal kommen zu also ich zeige euch ich zeige euch da mal was das hier sieht wirklich da sind die liegestühle also klar das ist auch das meer aber man könnte zum beispiel auch bilder auswählen die einem eher so das gefühl geben hier geht es nicht an klaren sandstrand an die seychellen sondern hier wählen wir mal das hier aus da geht es nach schottland an die steilküste das ist ein komplett das ist eine komplett andere art zu reisen das ist ein komplett anderes reisebüro da da tut sich da tut sich einiges auch hier das hier das funktioniert für beides aber auch das tauschen wir das hier nochmal aus gegen die steilküste ist ein komplett anderes reisebüro was ich auch richtig klasse finde ist wenn wir einfach uns die farben anschauen wir haben es im ja so dass wir die buttons sind in dem türkis mit schwarz und das hier sind die hintergründe ja für so größere blöcke die kunden stimmen haben wir auf gelb gesetzt und wenn wir da jetzt einfach noch mal so ein bisschen variation reinbringen da können wir auch ganz anderen look und viel kreieren und das ist eine sache ich arbeite immer im elementor mit den globalen farben wenn ich meine farben einmal hier eingestellt habe dann kann ich solche kleinen anpassungen einfach innerhalb von minuten machen und die ziehen sich über die komplette webseite bedeutet ich tausche jetzt mal hier so ein bisschen rum vielleicht tausche hier auch ein bisschen wild rum da schauen wir mal also ich nehme jetzt einfach mal das hier das habe ich auch extra hier hingeschrieben ist der akzent zwei die buttons ich nehme jetzt mal diese farbe kopiere die hierhin damit ich die nicht verliere und mach jetzt meine buttons einfach mal gelb und den sekundären hintergrund also dass genau die mache ich jetzt einfach mal gelb das hier würde ich auch tatsächlich gelb lassen und ich überlege mir jetzt ob ich das hier vielleicht einfach in so einem dunklen petrol mach hier vielleicht so da bleibe ich in der farbfamilie aber ich mag mich trotzdem schon ganz schön raus da müssen wir mal gucken wie das aussieht schaut mal und ja auch jetzt sieht die seite ganz anders aus wir haben noch dieselben farben werden die schriften noch nicht mal angefasst und die seite sieht komplett anders aus denn da müssen wir uns noch was überlegen das ist gelb auf weiß wenn man das auf dem handy anschaut kann man gar nichts lesen hier müsste die schrift jetzt weiß sein weil auch hier zu wenig kontrast aber das sieht ganz anders aus viel satter viel tiefer und damit ihr richtig den unterschied noch mal seht zeige ich euch mal hier so war die eben noch und jetzt haben wir einfach nur die farben gedreht also die buttons gelb einmal die gelben buttons und wir haben diese farbe nicht heller gemacht in der grundfarbe um flächendeckend zu arbeiten sondern dunkler gemacht in der grundfarbe und das macht schon richtig was aus und ich habe wirklich kleinigkeiten nur gedreht was man noch machen kann und mit ganz wenig aufwand und ganz ganz schnell irgendwie so eine seite im look und viel komplett zu ändern ist ja es hat eigentlich jetzt wieder was mit den buttons zu tun ich liebe das buttons zu stylen ist voll mein ding da gehen wir direkt hier wieder in die globalen einstellungen und auch hier noch mal an an die buttons und da zeige ich euch noch mal was schaut mal man kann da ecken rein machen oder eben auch nicht und auch mehr oder weniger und das finde ich eine richtig schöne möglichkeit um auch noch mal da zu spielen also ist so eine marke mehr edgy stylish design ich oder sind die zielgruppe vielleicht eher männer dann gerne harte ecken wenn man vielleicht eher liebe und wärme ausdrücken oder ist die zielgruppe weiblicher als zuerst geplant dann gerne einfach noch mal so ein bisschen abrunden und dann habe ich noch eine kleinigkeit das kann ich hier unten vielleicht besser zeigen weil das weil man hier einfach die button so schön nebeneinander sieht und auch auf dem weißen grund ich finde was auch ganz viel ausmacht ist so ein box shadow und schaut mal das was die meisten nicht wissen ich habe es hier schon gemacht man kann diese schatten auch färben ich habe das jetzt hier ganz kleines bisschen blau gefärbt das ist wie also dass es noch mal so schimmert wie der ozean ich zeige euch mal wenn ich das jetzt schaut mal wenn ich das jetzt hier in eine andere farbrichtung gebe das ist nur eine ganz kleine nuance und das ist ein detail und es ist wirklich so eine ganz kleine kleinigkeit aber das sind die kleinigkeiten die noch mal wirklich eine seite lebendig machen und dann habe ich noch eine sache die man somit den buttons machen kann wo ich denke macht irgendwie keiner also diese möglichkeiten werden eigentlich nie ausgeschöpft man kann durchaus auch sagen man rundet man nur zwei seiten ab oder man rundet mal drei seiten ab dass diese ecke irgendwo hin zeigt die kann ja darauf zeigen oder die kann auch dahin zeigen oder man kann das komplett organisch gestalten und dem eine form geben die vielleicht wie so ein kleines motorboot ist das auf mehr fährt immer weiß nicht finde ich auch irgendwie nett oder also auf jeden fall es gibt so viele möglichkeiten und ich glaube solche buttons hat halt sonst irgendwie keiner also gerade wenn man da jetzt zum beispiel drauf schreiben würde jetzt kreuzfahrt buchen oder jacht chartern oder so finde ich ganz also finde ich ganz ganz grandios ich nehme jetzt hier mit die ecken noch mal raus und mache die so ein bisschen verträglicher also ich fand es eigentlich so auch ganz schön also schlicht aber irgendwie schön oder so geht auch genau das sind solche kleinigkeiten also das sind wirklich nuancen das sind kleinigkeiten mit denen man noch mal so eine so eine schippe drauflegen kann wenn man an den inhalten arbeitet und zwar ohne sich komplett zu verzetteln das ist das wichtige macht euch wirklich die mühe geht hier stellt eure globalen farben ein stellt eure globalen schriften ein denn so könnt ihr mit kleinigkeiten so viel an der webseite noch mal bewirken